hallo grüßt euch zu den kanal news heute am sonntag den 17 märz 24 news ausgabe nummer 11 in diesem jahr und auf diesem kanal cool dass ihr da seid heute schauen wir mal wie üblich in die woche zurück was hier auf dem kanal alles los war wir schauen aber auch nach vorn nämlich zwei neue sachen stehen vor mir nächste woche uns noch mal ein klein bisschen anschauen möchten aber auch heute schauen wir uns einfach mal an zum thema montagständer punkt bike der mobile montagständer gibt es einen coolen rabattcode heute in den news wenn ihr euch noch einen gönnen wollt bleibt einfach mal dran bis wir es weit sind und da gibt es dafür auch noch etwas zu sparen schauen wir aber doch einfach mal rein was war hier alles auf dem kanal los am montag von mir eine kleine laber folge die akku reichweite und welche angabe macht mehr sind in höhenmetern oder in kilometer auch übrigens alle folgende woche könnt ihr auschecken ecke oben als auch unten in der beschreibung da seht ihr gleich was los war letzte woche können abo da lassen und like da lassen dann verpasst ihr auch keine spannenden weiteren folgen in der zukunft thema was immer wieder viele spaltet wie gebe ich am besten diese werte an oder wie möchte ich es einfach haben für mich war so ein paar gedanken dabei weil irgendwie ist eine persönliche geschichte war eine super coole kommunikation in den kommentaren mit euch auf einer super sachlichen basis muss ich auch mal sagen um alle viel rausnehmen konnten wo auch viel klar war wo jeder fährt auch was das körpergewicht ausmacht zum thema akku reichweite weil jede zehn kilo mehr körper oder systemgewicht von einem fahrrad macht richtig viel mehr reichweite oder weniger reichweite aus hat man auch in den kommentaren rauslesen können fand ich super super spannend was sich auch mit meiner erfahrung eins zu eins widerspiegelt in der folge am mittwoch von mir so paar gedanken zum thema was muss ich mir vor dem beikauf für gedanken machen das sind so folgen die ich immer wieder gerne mache vor allem auch vor der on season die mehr kurz bevorstehen in 2024 und der sommer ja quasi schon anklopft an der tür und sagt ja die bike zeit beginnt wieder für die meisten für die wir nicht durchfahren und die die nur in sommerlichen zeiten fahren klar beginnt die on season und alle dann sagen sie auch ja cool jetzt will ich mir einfach ein neues bike holen gehen in den bike shop oder hole ich mir was gebrauchtes weil ja gerade aktuell auch aufgrund dieser vielen räder wo auch aus corona zeiten zurückfließen natürlich genügend fahrräder im markt sind wo man auch im gebrauchtmarkt sich holen kann schaut euch einfach mal an da könnt ihr mal sehen was dazu meine gedanken dazu waren in der freitags folge so eine start folge zum thema ketten wachsen ein thema wo wir eigentlich fast nicht mehr um hinkommen immer wieder wird es immer präsenter auf den social media kanälen und immer vielens finden es richtig viele cool und ich möchte mal die erfahrung einfach selber machen was thema ketten wachsen und co einfach so ein bisschen bedeutet für mich aber auch ketten wachsen hat ja vom prinzip zwei bis drei möglichkeiten wie ich ketten wachsen kann ich kann ketten mit einem heiß wachs komplett überziehen das heißt ich muss die kette vorher komplett reinigen komplett entfetten deswegen auch die folge vom freitag wo man einfach mal ultraschallbad eine kette mal komplett entfetten kann und die einfach auch sauer bekommt möglichkeit nummer zwei zum ketten wachsen ich muss es vorher auch sauer machen logisch einfach flüssiges ketten wachs zum auftragen auf die kette ohne jetzt eine heiß wachs behandlung muss mal schauen ob da ein bisschen meine reise hingeht habe da auch schon meine fühler ausgestreckt aber diese folge einfach mal als basics weil ich muss einfach ja bevor ich loslege auch meine kette vernünftig entfettet bekommen was völlig logisch ist da noch ein kommentar von euch dabei den ich richtig cool fand ich habe hier genommen zum putzen oder als putzmittel ganz normaler bike cleaner da von euch ein gedanke dabei dann nehmt doch einfach spülmaschinenreiniger der entfettet auch werde ich probieren was der kann coole idee ob die was bringt werdet ihr mal sehen ich probiere es für euch aus und lasse euch einfach in nächsten news auch auf dem laufenden ob der was taugt für das reinigen einer fahrradkette schauen wir doch mal nach in der samstags folge da komme ich auch das thema von der heutigen news folge großteils hin das thema montagständer punkt bike hat nämlich hier auf dem kanal wieder für euch ein rausgelassen nämlich in rabatt code einmal für den wand montageständer dieser wand montageständer klar man kennen den all hier vom kanal schon elektrisch höhenverstellbar mega cooles teilen top solide verarbeitet also auch ein ebike mit 30 kilo gar kein thema und vor allem auch wenn man gerade mal kräfte drauf bringt um schrauben aufzumachen oder zu schließen das können die ständer wirklich richtig genial ab deswegen finde ich die auch von montageständer punkt bike so richtig genial weil sie halt einen richtig coolen job machen ganz ganz ehrlich und haben auch schon haus aus einen richtig coolen preispunkt also auch sagen wir mal privat kompatibel und dieser montageständer für die wand ist so der bisschen für mich wo ich sage das ist eine lösung wo ich wirklich cool finde wenn ich eine private garage habe und habe eine wand die einfach fest genug ist und ich kann da mein fahrrad dran dann warten reparieren und habe die möglichkeit ist für mich aber auch einfach zu parken weil er ist eh da und man kann sein fahrrad einfach da abstellen oder man kann an der wand einfach schick aufräumen die folge schaut euch am besten einfach noch mal an von gestern da gibt es auch einen coolen rabattcode für diesen wand montageständer jetzt kommen wir zum anderen thema es gibt ja vom tobias von montageständer punkt bike ja auch den mobilen montageständer steht gerade neben mir nutze ich super gerne für kleine einsätze oder wenn ich unterwegs bin oder als zweitständer oder für euch genau die richtige lösung für die private schrauberbude wo man sagen kann ja ich brauche einfach einen den ich aber ab und aufbauen kann genau solide verarbeitet da macht er auch schon einen richtig coolen job bei mir da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte nachricht für euch eigentlich zwei gute und eine schlechte nachricht fangen wir mit der schlechten nachricht vorneweg mal an diesen ständer wie es aktuell gibt wird so langsam auslaufen und er bekommt den nachfolger in großen bruder wenn ihr euch aber noch den bestandsständer einfach gönnen wollt den es bisher gibt ja schon mega cool ist und der einen richtig coolen job macht dann bekommt er auf den aktuell noch einen rabattcode drauf dass man euch wiederholen könnt bis er ausverkauft ist von 999 euro gesamtpreis also 100.000 euro wenn ihr euch gönnen wollt könnt ihr euch für knapp 100.000 euro einfach gönnen rabattcode statt für björn 999 also wie der preis einfach auch ist für 999 euro das war die gute nachricht nummer eins ihr könnt noch abräumen und könnt euch noch einen gönnen viele sind immer da muss ich ganz ehrlich sagen aber die wo einen haben wollen können ihn sich damit gönnen der nachfolger kommt erst raus in so paar monaten das heißt für die on season macht es irgendwie auch sinn zweiter punkt für diesen mobilen montagen gibt es eine coole halterung für die fernbedienung oder für die bedieneinheit im allgemeinen die ist nicht von haus aus dabei im ständer aber ich finde sie einfach super chillig kann man dran schrauben kann dann einfach seine fernbedienungseinheit cool einhängen und die sache ist einfach mega cool aufgeräumt könnt ihr euch auch rauslassen einfach im tobias link unten in der beschreibung alles drin nochmal eine e mail schreiben da könnt ihr euch für 19 euro den euch auch kommen lassen und dann habt ihr die möglichkeit auch als zubehör für den bestandsständer für den mobilen bestandsständer euch einfach da noch ein kleines upgrade zu gönnen also ich finde es spannend diese kooperation mache ich super gerne weil diese produkte einfach richtig genial sind und die funktionieren einfach so ist halt deswegen diese woche war eine coole mischung daraus aus ein paar kooperationsvideos und ein paar ganz normalen geschichts laber folgen was auch immer in der bike was passiert ist finde ich für euch immer eine spannende mischung aber auch noch ein anderes thema thema gartenschau hier in freudenstadt wird ein großes thema werden ja also gartenschau freuen statt bei ersporn und da wird ja gerade eine komplette alte rußhütte umgesetzt und da habe ich gestern noch mal telefoniert mit den presse abteilung von der gartenschau und da dürfen wir reingehen und mal schauen wie die baustelle aktuell aussieht und auch mal vielleicht einen drohnenflug drüber machen also könnt ihr euch auch freuen nächsten ein zwei wochen über ein video wie eine komplette sandsteinbau von vor ein paar hundert jahren abgebaut wird und wieder aufgebaut wird an einem anderen platz finde ich super spannende geschichte war nicht ganz so einfach an das thema ranzukommen weil das über paar verschiedene behörden läuft und die baustellen unterschiedlich gemanagt werden aber super cool hat funktioniert und da können wir uns auch einen eindruck über dieses thema verschaffen freue ich mich auch richtig cool drauf nächste woche aber noch zwei geschichten zu den zwei teilen hier einmal power more 250 einmal der kleine reservekanister für das e-bike werden wir testen werden wir schauen im unboxing was ist alles dabei aber auch an welchen rädern funktioniert er und was muss ich ein klein bisschen beachten gibt relativ große fußangeln wo man da ein bisschen auch beachten muss weil der ist zwar richtig genial preislich muss man sagen naja gut billig ist anders aber es ist halt bosch keine frage und dann haben wir noch kiox 500 da als großen bruder vom kleinen 300er display was ich für euch auch mal anschauen möchte unboxen möchte und mal eine video folge machen möchte was das so alles dementsprechend kann und es ist ja eigentlich nur ein großes 300er es kann aber reden also piepsen das kann das kleine nicht dementsprechend schauen wir mal nach was wir da einfach in der zukunft erwarten können deswegen habe ich es einfach da ganz ehrlich gesagt meins wird es nicht werden muss ich auch ganz ehrlich sagen mir ist einfach viel zu groß ich liebe lieber kleinere display anzeigen aber gut es gibt es im markt und das schauen wir uns einfach nochmal an dann gehen wir aber auch rein in der nahen zukunft nächste zwei drei wochen das thema ketten wachsen ein super spannendes thema vorher erwähnt mit dem thema reinigen von der kette eine andere welt aber vielleicht eine coole welt ich habe noch keine ahnung da gehe ich jetzt einfach auch mit euch rein so wie auch der kanal heißt my bike lifetime ich nehme euch quasi in mein leben mit und dann schauen wir mal nach was dabei einfach rauskommt viele spannende andere themen sind auch noch gerade in arbeit mein bike build projekt ist fertig das heißt da können wir einen haken hintersetzen da haben wir alles soweit im griff war auch eine coole geschichte nochmal danke an euch für das thema bike build eine coole folge über jetzt ein halbes jahr das wir zusammen erleben durften mega cooles learning haben durften mit vielen sachen wie ein e-bike aufgebaut was ist wo dran was hat man für schrauben was für komponenten und kann man auch wie vielleicht besser warten für sich persönlich und kann besser einschätzen wo man auch sein schrauber skills level ansetzen möchte keine ahnung aber ich fand es eine coole geschichte und diese video folge habe echt bock gemacht mal mit euch zu machen über ein halbes jahr hinweg und über 40 folgen was alles zusammen waren war echt eine coole geschichte jetzt gehen wir aber rein on season weil wir einfach sagen ja cool sommer schiff vor der tür andere video folgen sind auch wichtig war für mich auch so ein cooles winter projekt soweit die news heute lasst noch ein abo da lasst noch ein like da freut euch auf die folgen mit den beiden teilen ich mich nämlich auch als spielkind und dann schauen wir mal nach was daraus einfach wird soweit diese folge bis dahin ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020